ok ich hoffe mal dass die musik jetzt in ordnung geht jedes mal bin ich erst am einstellen hier wenn ich schon live bin oder es regt mich auch auf ich glaube ich kann den auch lauter machen so auf jeden fall sollte alles laufen und wir sind mal wieder hier naja ich hab's jetzt nicht auf das andere umgestellt also steht immer noch snow village da aber naja dann ist es halt so ok ich hoffe dass ich heute nicht so schlecht bin jetzt habe ich ein bisschen mehr übung durch gestern und naja können schon was bringen soll ich hier hoch ja komm auch wenn das jetzt nicht so ja keine ahnung speziell ist wie auch immer glaube ich mach mal so naja noch werde ich zum glück hier nicht bedroht es war ja dann auch wieder schlimm gestern wie schnell das ging ok was das jetzt soll weiß ich auch nicht aber ok was soll das ach weil der könig hier in der zwickmühle ist na dann nehmen wir die weg das ist auf jeden fall wichtig ich überlege gerade also jetzt kann es erst mal nichts von mir schlecht oder in einem schlechten zustand vielleicht hierhin auch nee was ist das denn Junge ich habe das nicht gesehen hey wie blöd bin ich denn jetzt hätte ich wenigstens den läufer so nehmen können mit der dame da wäre nichts passiert ich könnte schon wieder so kotzen ohne witz ich habe keinen bock mehr so ein scheiß so ein scheiß Ja toll, ich kann ja mit dem Pferd hier auch nichts machen, ne? Das war halt nur so theoretisch, dass ich das da platziert hab, sozusagen. Ah, jetzt kann ich doch das Pferd schlagen, oder ist das dann hier bedroht? So, müsste doch gehen. Ach, das ist doch scheiße, ey. Hm. Oh, das ist doch schon. Oh, das ist doch schon. Oh, das ist doch schon. Oh, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Das kann doch nicht sein. Wo ist überhaupt der zweite Turm hin, hä? Ich dachte, da fehlt nur einer. Der letzte Track, ey. Mach ich halt so. Oh, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich hab's ja nicht mehrmals. Oh, ich weiß auch nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Mal sehen, ob's so ist. Jetzt ist er wenigstens nicht auf grün, das ist wichtig. Ähm. Hm. Toll, jetzt kann ich das Ding nirgendwo hinsetzen. Ich mach jetzt mal hier, ist das eins hier, wo ich keine Figur verliere direkt. Na toll ey, was soll denn das? Hm. Hier hinten, das ist besser. Hm. Soll ich hier oder dahin? Ich glaub hier. Bin ich näher am König, das ist immer gut. Vielleicht kann ich dann hier hin hüpfen. Ach, na toll. Machen wir mal so, damit ich das Pferd noch dahin bewegen kann gleich. Junge. Dann weben wieder so. Hm. Die Frage ist jetzt, nimmt er das Pferd oder nicht? Das ist eine gute Frage, ne? Mhm. So ein Scheiß. Jetzt kann ich wenigstens mal einen Bauern holen. Na toll, jetzt muss ich den hier langsam wegbewegen. Wie es aussieht. Jetzt setzen wir den mal da hin. Oh, Mann. Ach, na toll. Äh. Ach, schnell weg mit der... Immer diese Kotze, ne? Was soll das? Ey, das ist doch ne Verarsche alles. Junge. Ach, ey. Was soll ich machen? Na komm, wird auch Zeit, ey. Gar kein Bock mehr gehabt auf den Kotz. Schauen wir uns mal hier das an, wie das immer weiter reinzoomt. Hm. Ich lese gerade nur ein paar Sachen. Na da. Mhm. Ach du Scheiße, wie schnell ist das passiert? Da habe ich gerade nicht hingeguckt. Ich habe hier Nachrichten gekriegt. Hm. Tja. Jetzt irgendwie müsste es auch ungefähr ein Jahr her sein, dass ich das überhaupt erstellt habe. Na da. Ja. Kann ja mal hier spielen. Okay, was auch immer das hier für ein Ding ist. Das ist ein Fehler. Mhm. Das war wieder ein Fehler. Hm. Nochmal so. Ja, das war klar. Was? Ach, das kann doch nicht sein, dass ich nicht mal hier eine Chance habe. Ach. Ach, das sind jetzt ja alles so Weihnachtsfiguren. Ich so gar nicht am überlegen hier. Nee, der ist nicht gut, ey. Mach mal gleich mal so. G4 ist direkt kaputt gewesen, oder was? G4 ist direkt kaputt gewesen, oder was? Hm. G4 ist direkt kaputt gewesen, oder was? Nein, das ist nicht einfach. Hm. Hm, das ist ja auch nicht gut hier. Muss erst der weg. Aber hier kann eigentlich nichts passieren. Oder? Doch. Hä? Äh, bin ich blöd? Wieso sehe ich das denn nicht? Ich habe den legit nicht gesehen. Was ist das? Ich sage es noch so. Ja, jetzt habe ich alles überprüft. So in dem Sinne, ja. Ey. Was? Wie kann das sein? Ey, was wurde mir jetzt genommen? Mache ich so. Ah, jetzt kann mir nichts passieren. Wehe, das kommt jetzt doch noch. Wisst ihr, das kann ja nicht sein langsam mehr. Jetzt muss ich eigentlich hier hin. Ich überprüfe ganz genau. Okay. Das ist interessant. Alter. Ja, dann nehme ich den, ne? Hm. Okay. Da haben wir ganz schön durchrasiert. Da lohnt es sich auch mal, das Pferd dann herzugeben. Hm. Da war komplett unnötig, obwohl... Oh. Ach. Hä? Was ist denn das? Ach. Jetzt wird wahrscheinlich simuliert, wenn der Gegner keinen Bock mehr hat. Hm. Und dann opfert er einfach alles. Hm. Das könnte ich eigentlich das machen, ne? Ich habe an sich ja meine ganzen wichtigen Figuren noch. Oh. Shit. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Da muss ich aufpassen. Hm. Ich würde sagen, so mache ich das. Hä? Okay. Ah, da ist jetzt nach hinten geflohen. Ja, da muss ich den Turm wohl irgendwie kriegen noch. Hm. 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 Ah. Okay. Toll. Was mache ich jetzt? Ich glaube, irgendwie mit der Dame probiere ich das. Hm. Da hin. Dann hier runter, oder? Ja, kann ich machen. Da habe ich sogar schon gewonnen. Ich dachte schon, ich brauche noch mehr Züge. Obwohl, nee, kann ja nicht sein. Wenn da der Turm ist. Ja, ist manchmal interessant. Okay, wie weit sind wir im Streamen? 18 Minuten, oder mache ich noch ein Spiel? So, wieder gegen Powder. Oder hier. Vielleicht mal gegen Eve. Nächste Stufe. Ja klar, Freundschaft. Ach, doch aber nicht so, Mann. Wie aus dem Lehrbuch. Hä? Hm. Wieso ist das jetzt ein Fehler? Was da einfach so ein bisschen, naja, vielleicht weil es so defensiv ist. Ungenau. Hm. Was es da alles für Sorten gibt von Fehlern, ne? Und wie ich sie alle in jedem Spiel anwende. Hm. Na, das ist blöd. Uuuh. Hm. Alter, so aggressiv, ne? Wenn die manchmal so schnell dann geschlagen werden. Oh nein. Hm. Pff. Okay, das ist nicht gut. Gehen wir mal hier hin. Äh, das ist auch nicht gut. Na toll. Was? Was? Wie? Ach, das ist doch dämlich. Aber jetzt sind wir wenigstens über 20 Minuten. In dem Sinne, ciao. Pff.